Hallo aus der Dornröschenwolle Färbeküche. Ein kleiner Gruß für dich und Wolle, die du gleich bestellen kannst. Ja, hallo von Dornröschenwolle. Schön, dass du reinschaust. Es ist Mittwoch und ich bin Christine und ich betreibe hier das Dornröschenwolle Atelier. Ich färbe hier all die schönen Stränge und betreibe den Online-Shop und du kannst das alles, 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 was du hier siehst im Dornröschenwolle Online-Shop käuflich erwerben. Und natürlich ist das Werbung und ich erzähle dir jetzt, dass es 5% Rabatt gibt heute am 24. April bis 23.59 Uhr und nur heute auf die Wolle mit Seidemischung. Das ist erstmal die Botschaft, die hier einfach mal so ausposaune und dann können wir mal gucken, was ist das überhaupt für ein Garn, auf die es gerade heute 5% Rabatt gibt. Auf welches Garn ist das denn? Und da kann ich dir einfach mal kurz zeigen. Das ist gerade orange, aber es gibt die auch in ganz, ganz schönen anderen Farben. Ich zeige es dir, glaube ich, gerade mal hier. Das ist die Wolle mit Seidemischung. Handgefärbte Stränge und die ist wirklich traumhaft schön. Hat 400 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Du kannst sie mit zweieinhalbernadeln stricken, mit dreier Nadeln. Dreieinhalb geht auch. Kommt drauf an, wie fluffig fallen du dein Teil haben möchtest. Es ist super schön für Kurzarmshirts. Also ich überlege, ob ich mir einen Kurzarmshirt stricke oder langarmshirts. Also für Oberteile, für so eine Strickjacke. Einfach auch total schön. Du kannst super schöne Tücher draus stricken. Und es hat 20% Maulbeerseideanteil in dieser feinen Merino-Wolle. Also ganz, ganz schönes Garn. Auch toll gezwirnt. Also ganz schön gerade, der Faden. Also ich liebe es. Strickt sich toll, trägt sich toll, auch direkt auf der Haut. Und du siehst, es glänzt ein kleines bisschen, ohne so aufdringlich zu sein. Das mag ich auch sehr an diesem Garn. Es gibt ganz viele neue handgefärbte Farben im Nornröschenwolle-Shop. Die habe ich sozusagen zum letzten Wochenende gerade alle nachgeladen und nachgefüllt. Und jetzt kannst du sie für 5% weniger bekommen. Also ein Rabatt. Der Rabatt-Code ist Wolle-Seide, also Wolle-Groß und Seide-Groß geschrieben. 2404. Und dann zieht der Shop 5% ab. Und bitte tu mir den Gefallen, nutzt den Code. Das macht mir einfach sonst so viel Arbeit. Und es ist so schön, euch das einfach einpacken zu können und zu schicken. Und dann fixt zu sein, damit ihr es bald da habt. Und ja, spart mir einfach Zeit und Bürokratie, wenn du den Code direkt bei der Bestellung eingibst. Da gibt es ein Feld, wo Rutscheincode dran steht. Und da kannst du einfach den Code eintragen. Und dann zieht der Shop automatisch diese 5% Rabatt ab. Und ja, das ist die Farbe Move. Ich zeige euch mal so ein paar Farben. Das ist sanfte Sahne. Also es gibt gerade so viele schöne von diesen zarten Tönen. Diese ist auch wunderschön. Das ist sanftes Rot. Da habe ich das Orange gerade hier. Auch super schön. Das ist ein leuchtend Orange. Das ist einfach Rot. Auch ganz, ganz toll. Es gibt verschiedene Blautöne, das zum Beispiel. Das ist knallblauer Himmel. Und das ist wirklich so ein richtiges Himmelblau. Ich überlege mir ein kurzärmliches Oberteil daraus zu stricken. Von Petite Nitt hatte ich neulich eins gefunden. Auf Revelry musste man stöbern gehen. Das ist ein Gelbton, den ich auch wirklich sehr schön finde, weil der so zart ist. Ja. Das ist Zitronenfalter. Einfach auch ganz, ganz schön. Du kannst natürlich auch alle anderen Teile stricken da draus. Tücher sind super schön. Langarm-Shirts sind super schön. Also es ist wirklich, wirklich ein schönes Gehahn, was du einfach auch direkt auf der Haut tragen kannst. Es gibt noch so ein Blau. Das ist abends. Und ich hatte hier so ein schönes Grün. Das heißt Blätter rauschen. Ja, und es gibt so, so viele Farben. Gerade in deinem Rösschen-Mollshop. Hier ist noch so ein dunkles Grün. Ich muss jetzt runter. Das finde ich auch mega. Das ist Tanne. Man weiß gar nicht, welche Farbe man zuerst nehmen soll. Ich denke, dass dir für ein Kurzarm-Shirt bis Größe 42 drei Stränge reichen. Danach brauchst du vier oder fünf. Fünf Stränge gibt es im Moment pro Farbe. Also wenn du dich in eine Farbe verliebst und da sind noch fünf Stränge dabei, dann gönnst dir einfach gerade jetzt. Es gibt noch mehr Farben im neuen Rösschen-Mollshop, die dir einfach da stöbern. Nutz den Code. Heute bekommst du 5% Rabatt auf die Wolle mit Seide, 400 Meter Lauflänge im neuen Rösschen-Mollshop. Und der Code ist WolleSeide2404. Steht auch unter dem Video. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche. Genieß es sehr. Strick was Schönes. Mach es dir gemütlich. Ich habe es einfach richtig, richtig schön. Und wir sehen uns am Freitag zum Gartengeplauder, wenn du magst. Würde ich mich freuen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da. Schreib einen Kommentar dazu. Oder abonniere den Kanal. Und abonniere den Kanal nicht, oder? Genau. Hab es einfach fein. Und bis ganz, ganz bald. Deine Christine.